Seid gegrüßt, meine Knappen! Heute zu Bastion! Ein wunderschönes, von anscheinend handgezeichneter, atmosphärige, geprägtes Spiel, in der wir eine wunderschöne Story eines bewüsteten Landes, wenn nicht sogar eines zerbrochenen, zerstuckt und zerhackt und keine Ahnung Welt, in der wir den Hauptprotagonisten Kit begleiten, in einem sehr interaktiven Spiel, also, ich sag's mal so, Erzähler-interaktiv, also jede Bewegung wird vom Erzähler halt mitbekommen und reagiert in gewissermaßen auch mit da drauf. Das werden wir aber auch eingefasst schon direkt mit am Anfang erfahren. Und, ja, ich würde sagen, wir lassen uns, äh, wir lassen nicht lange auf uns warten und fangen auch mal direkt Story-Modus an. Wir wollen mal kurz durchlesen, ein neues Spiel mit unbegrenztem Chance auf weitermachen, nach mega lang starten. Für weniger erfahrene Spieler jeden Alter ist Hinweis, einige Erfolge können nur sehen. Äh, ein neues Spiel normal. Ganz normal neues Spiel. Uiuiuiuiui, ich bin gespannt, ich bin gespannt wie's wird. Die richtige Geschichte sollte am Anfang beginnen. Es ist nicht so einfach mit diesem. Nun, hier ist ein Kind, der ganze Welt hat alles gezwungen, lasst ihn auf einem Ruck in den Skogen schrauben. Er kommt, setzt sich auf die Bastion, wo jeder bereit war, in der Falle zu gehen. Alles klar. Dann gehen wir mal unseren Weg und schauen was wir erwartet. Der Grund schraubt unter seinen Knochen, als er den Weg beinhaltet. Er hat nicht zuhörst, um zu fragen, warum. Er findet seinen leidigen Freund, einfach leid in der Straße. Oh. Na, es ist eine ganz bemerkende Reunion. Warum klappen wir alle hier mit dem Fleisch schon mal verboten? Zack, 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 zack. Bam, bada, bam, bada, bam. Er sieht, was noch in den frischen Wänden ist. Jahre von Arbeit, in einem Moment nicht getan. In der Klamide. Ich muss sagen, er sieht schon... Das ist echt eine schöne Grafik. Ist echt geil gemacht. Ist das ein Survivor? Nein, Frau. Nein, Frau. Er ist ein Mann, er hat sich aus dem Untergrund gezwungen. Wado. Krizenvieh. Kinder pappen ihn gut. Der Mann hat einen Stück von ihm, doch. Halt ihr euch wundert, dass das... Ops. Entschuldigung. Ähm, halt ihr euch wundert, dass das... ...hint und wieder mal. Im Wintergrund bei mir anfängt komisch zu Zwitschern zu piken. Das sind die Vögel. Das sind... ...die beiden Vögel. Die ihn nun wieder gerne mal durchdrehen. Und ja, Kittenkrübeln, wir erzählen ja schon weiter. Wir haben einen fetten Fleischhammer. Ida fällt aus dem Skull. Das ist kein Geist von den Geist. Aber es wird zu tun. Und dann... ...liegt bis zu seinem Tod. Ich bin nur schuldig. ...signalst. Ich bin nur auf der Fresse hier. Vorfühlkotz geflogen. Ahm. Halt das Tiergewehr. Ich muss sie noch halten, um sie in die Kampel anzupacken. Wir müssen aaaalles nirghen. Kinder haben heute schon ziemlich Angst gearbeitet. Also der Fountain sieht wirklich besitzt. Manchmal braucht man nur einen Drink. Eine Schule von Schwurz-Tunnel rund um sie herum. Sie müssen hier von den Minden fliehen. Tja, die Gegner können aber nichts gegen die geballte Kraft eines Fleischhammers. Es ist ein Wunder, dass der alten Saloon noch stehen. Sie hatte die schönste Sicht. Ich komme gar nicht dazu, um viel zu reden. Er legt den Fuß in einem von Zelandia's bemerkenswerten Wasserhöhlen. Innerhalb sah Rondy, der Barsteller. Die Kalamität hat ihn, bevor er zu trinken hat. Dann findet der Kind seine vertrautige Schild. Rondy wollte immer seine Rechte fliehen hier. Und jetzt regnet er mal den Schlag. Alles klar, jetzt habe ich ihm einen Wasserhöhlen erschlagen. Scheint schon so zu schlieren. Aber nur, als er das Handeln bekommt, seine Sicherheit nimmt ihn für schranten. Zufall. Spezielle Erkrankung. Gas-Kerle. Windbags starten zum letzten Mal. Gute Schwerze kommen aus dem Windwerk. Ich bin bereit. Vielleicht haben wir auch. Ein Kind sieht den Weg zur Bastion aus der Fenster. Es ist ein bisschen ein Lauf. Dann machen wir das doch direkt. Ladebälder. FTV. Trinken hier. Er bekommt einen guten Blick auf den Weg nach unten. Er landet auf der Bremse und es ist nicht kaputt. Ein Spiegel ist ein guter Barsch für ein paar Target-Präktiken. Er weiß, dass er die Strecke all den Weg zurückzieht. Jetzt ist der Bogen dennoch extrem stark. Ich glaube, das sieht. Ist okay. Wir schauen weiter. Die gute Nachbarkeit ist, dass die Schilder immer noch arbeiten. Die schlechte Nachbarkeit ist, dass sie für ein Kind schießen. Er schießt sofort zurück. Wenn man im richtigen Moment ... ... blockt ... ... mit dem Schild. Dann geht das. Genau, dann schießt man die direkt wieder zurück. Und das macht den natürlich mehr Schaden. ... 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 veit ... ... ... ... ... ... Philipp ... ... ... Hier zack fließt das Und zack Und zack Und zack Komm her, komm her Du, großer Nix können Da haben wir sie besiegt, ey Diese fetten Nein Da roll ich auch noch runter Ich habe das Gefühl Er sollte mich hier schnell Oh, ich habe das Gefühl Das wird hier nicht Oh, oh, das wird nicht gut aussehen Wenn ich mich nicht beeile Das wird nicht gut aussehen Ich muss Das wird echt nicht gut aussehen Ich muss mich unbedingt beeilen Ich muss mich beeilen, ich muss beeilen, ich muss beeilen, ich muss beeilen Zack Oh, hier Ich versuche ihn, wo er zu gehen muss Ich glaube, so langsam ist hinter uns der Boden runtergeflogen Abhandengekommen Jetzt sieht die Kinder noch etwas Was da vorstelle Die Bustion Dann stimm mal auf, Cat Die Bustion Hat jemand anderes überlebt? Ich weiß das nicht, er findet noch ein anderes Ja? Er findet mich. Ach, den Erzähler! Hui, da ist der Erzähler! Es gibt ein bisschen der Bastion in der Krest. genug, um den Weg zu den Kors. Okay. All I tell him is to set that core is on the monument there. Then watch. And just like that, the Bastion comes alive. Starts growing again. Growing stronger. Kids gotta put its power to good use. Now the Bastion can send them even farther into the wild unknown. Ah, das klar. Oh my. Oh my. The Bastion is a place of peace. But we can hold our own if we have to. Ain't always much to say. Okay. Okay. You don't know what's out there waiting for. I don't know what's out there waiting for. I don't know what's out there waiting for. I don't know what's out there waiting for. Come to the deadbrake. Although... The Skyway. Now the kid can ride the wind in the distant lands. I don't know what's out there waiting for. I don't know what's out there waiting for. The Bastion used to come here for target practice. Used to play a little game. See who can bust the most targets and the fewer shots. I don't know what's out there waiting for. I don't know what's out there waiting for. He's focused. He's armed. And he's off. Okay. Hmm. 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 The perfect shot just happens in a flash. Zack. 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 And of course the last one. Oh no. 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 We only have the second price. Something silly. Something heavy. Something heavy. Oh man. acksacks. Wut. Oh no. Okay. Kommt. Das kriegen wir hin. Zack. Und ein sehr starker Buss hilft auch. Zack. Eins. Ich krieg zu viel. Und nochmal. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Eventuell. Also gut, dass ich das vielleicht doch noch gemacht habe. So haben wir es dann im nächsten Pfad halt nicht mehr. Ich krieg die Krise. Was ist das denn? Ich hab doch genau dann geschossen, wo das Blinken angefangen hat. Mensch, Mensch, Mensch. Kaum mitnehmen hier. Hergeben. So, und zu früh losgelassen. Und nochmal. So. Zack. Ey. 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 So schwer kann das doch jetzt nur nicht sein. Alles klar! Eeeeeeeeeee! Zack, zack, da-da-da-da! Baram-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam! Wudi-budi-budi-budi! So! Eins! Jetzt aber konzentrieren! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Mensch, da haben wir's geschafft! Ein bisschen Konzentration! Der Bringer! Salve! Endlich! Das ist nämlich eine neue Fähigkeit, die wir jetzt gekriegt haben! Kannst's mal sehen! Ich hab's geschafft! Manchmal sagt ein einziger Blick alles. Du! Du! Du kleines Luder, du! Ich hab's geschafft! Ja! Wer ist hier das... Wer ist hier Kiddo, Mann? Wer ist hier Kiddo? Ich bin Kiddo! Ich hab's geschafft, Mann! Gut! Gut! Ich glaub dann... Dann würd ich mal sagen... Können wir mal gucken! Bringersalve! Eine von den schnellsten Bringern eingesetzte Fähigkeit, die Pfeile in schnelle Abfolge abschießt. Von den berühmtesten Bogenschießerspäten der Bringer entwickelt. Nehmen wir doch gerne weiter! So viel Kind kann nicht mit Hammer und Bow in der Hand